recht herzlich willkommen zur 31 folge von grand age medival so wir sind auf dem weg nach krakau gucken wir mal rein annehmen reingucken dann kommt er nicht an lassen erst ankommen aber jetzt können wir da reingucken hier müssten wir keramik aufnehmen keramik wäre da können wir aber irgendwie nicht zu schnell reingegangen oder wird der händler nicht ausgewählt das ist das problem so keramik brauchen und metall waren brauchen wir stoffe brauchen wir auch und die fälle bräuchten wir auch die haben wir mit können aber nicht brauchen was war noch nach so die fertige kleidung das ist alles jetzt hier erledigt so dann gehen wir dahin mit freude so da kommt der händler und ist im städtchen so stop ist hier abzuliefern das können wir mitnehmen so dann können die das produzieren fälle wollen die noch haben so da nie genau umgekehrt wir müssen abliefern da haben wir abgeliefert ja das war doch das ne kleidung braucht man fälle und kleidung genau haben wir abgeliefert gut mitnehmen sonst glaube ich brauchen wir gar nichts das hier aber das haben wir schon dabei so dann laufen wir hier runter mit freude auf geht's so kleidung haben überhaupt nicht gekriegt so dann sind wir da das müssen wir hier abliefern und das auch steine hätten sie und wo können wir mitnehmen 66 und wird jetzt glaube ich schon dicke reichen oder ja also müssen wir uns jetzt verstärkt auf den stoff handel und pälze kümmern so was ist hier handel war stoff nicht pälze hätten 16 er kommen auch mal hier hin da waren händler unterwegs die wölfe laufen da durch die gegend wir haben aber doch unten soldaten oder wo haben wir die ich glaube die bringen wir mal hier hoch und lassen wir gegen die wölfe kämpfen gut ach so den händler erst auswählen und dann brauchen wir das oder nee brauchen wir nicht blödsinn und stopp und felle so das ist unmöglich okay die laufen darüber aber wir sind gut noch vorbeigekommen so hier müssten wir tuch kriegen aber drei stück ist nicht viel es ist tatsächlich ein dingens und fälle die laufen alle hin und her ne ich glaube jetzt sind wir gerade sicher glück gehabt unsere soldaten müssen auch lang da sind sie doch schon so die reifen an um eine einheit nach jawohl so die kriegen aber auch kaputt und vorbei sicher noch mehr wölfe okay aber auch kein problem wir müssen noch ein wahren haufen den sollten wir vielleicht auch noch holen ja weil sicher die können die anderen waren im kampf gut auf geht's ist gebankt das wollen andere händler werden okay erst den händler auswählen das ist unser oder ne das ist nicht unser und bei den hier ja ja wo man noch mal eine stadt rein fälle die noch mal mit stoff geht auch noch mal mit und dann können wir weiter ziehen und dann werden unterwegs an einfach aus dem runde oder plan was zu lernen können nein wenn das offen ist ist kein händler da der musste erst rein laufen so jetzt aber ne nur prunk können wir uns jetzt zu mitschmeißen ne warte mal wieso haben wir nur 44 prunk jetzt passt's das brauchen wir auch komisch das wäre für oben ne mehr nicht mit vergnügen da müssen wir noch ein bisschen aufpassen was hier so passiert das sind jetzt 64 punkte die wir dabei haben reicht ja 50 54 brauchen wir 64 haben wir also alles gut so das mitnehmen das mitnehmen ist aber nicht möglich also ist hier nix dann können wir auch weiter schon unterwegs jetzt müssten wir auch was produziert haben aber weiter fehlen steht da natürlich 5 5 ja ziemlich wenig das brauchen sie und das brauchen sie gut dann sollten die produzieren ne noch mal rein ob der eben so ist noch ist keins da bevor ein anderer händler geht müssen wir natürlich mal gucken dass wir alles kriegen da kommt einer einer für mich so der hat aber nix auch der so durchgereist ok so da war wieder sogar zwei und so ein stück warten sollte aber funktionieren das sind 79 80 kleidungsstücke das heißt wir brauchen noch 45 so bevor er da ist müssen wir da sein und dieses eine kleidungsstücke wegnehmen 89 fälle 19 kleidungsstücke und er ist da und er hat nix mitgenommen was wir hatten drei stück das spiel wird gespeichert das sind 84 noch 41 dann jetzt durchgelaufen wir müssen gucken dass wir es kriegen drei jahr da schon wieder aber wir müssen unseren händler anpacken erst fünfe sind es 14 stoff 78 fälle ich glaube wir müssen noch gucken dass wir noch stoff kriegen krakau hätte stoff dann lass uns doch gerade nach krakau laufen ok jetzt packen wir mal den stoff dazu mit vergnügen und dann geht's wieder zurück nach bis nach so wir kriegen den stoff hier noch mal dazu und wir die kleidung 24 96 schön bin ich graf geworden 96 bedeutet noch 29 24 jetzt sind wir über 100 noch 24 dazu das sind dann 53 ne der läuft vorbei das ist gut oh das ging jetzt aber viel schnell läuft auch ich weiß gar nicht wie ist denn die produktion von 1 zu 1 ok das bedeutet was haben wir noch 11 stoffe 11 stoffe müsste wahrscheinlich reichen 53 haben wir gesagt ne und dann müssen wir erst holen sieht gut aus noch zwei oder so dann haben wir es alles dann können wir noch jetzt mehr reisen so sollte passend sein oder 6 126 ja ab marsch mit freude auf auf nach ist mir mit vergnügen wir sind der erste da gut dann haben wir gleich die lieferung erfüllt ne dann haben wir die lieferung erfüllt so nidos dusan kommt an und handel und ach hier da sind sie passt und es geht voran leon deine beliebtheit hier im senat war noch nie so hoch man will dich enger an konstantinopel binden auch weil viele meinen dass das reich die gegend um so viel als puffer zu den norman braucht wir sollten diese chance unbedingt ergreifen ja okay ich muss dann behandeln ausgeschlossen handelsabkommen benötigt gut dann gehen wir dahin unser bautrupp kann noch was bauen dann wollen sie da bauen da können wir auch noch bauen und die anderen straßen eigentlich nicht so wild ne da kommt bruderpest hier rum gehen wir noch wir bauen alles aus und dann brauchen wir die glaube und reisen da hin oder ne ich muss da mit irgendjemand hin ich glaube mit soldaten anders werden wir gleich sehen aber ich würde jetzt sagen bevor wir diese verhandlung eingehen machen wir da erst eine pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss das nächste mal auch wieder